Ob wir da nicht einen Arzt zu kriegen können, der das bescheinigt, dass Frau Grätz eine Frühgeburt, wenn die das zeitlich nicht begrenzt haben? Ich meine, wenn wir nachweisen können, dass Frau Grätz eine Frühgeburt war, ich meine, da würden wir doch eine Menge sparen. Aber ungerecht ist es schon, nicht? 35 Zentimeter kosten 12 Mark, 1 Meter 80 kosten 410. Und wenn man mal rechnet, sagen wir mal, 5 mal 35, ja? Das wären dann 150 Zentimeter. Und 5 mal 5 sind 25, 1 Meter, 1 Meter 75 kosten demnach nur 60 Mark. Das war ich gar nicht. Ich lasse mich jedenfalls nicht für du verkaufen. 1,75 Meter Frühgeburt kosten demnach 60 Mark. 1,80 Meter, gesunder, normaler Mensch, 410. Ihr denkt wohl, das merken wir nicht. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt reisen nach Steinkirchen an, bitte. Aufs Nellhof mit Verhandlungen. Aber Unterprivilegierte, wie ihr diese Typen nennt, also Frühgeburten und Gammler, die kriegen es hinten und vorne eingestellt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 Zentimeter lang. Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Ja, sowas gibt es. Pech gehabt, wa? Ja, dem muss ich leider widersprechen. Denn aus eigenem Fachwissen ist mir bekannt, dass Hühnerfrikassee und Hühnerscheiße zweierlei sind. Und wenn sie es nicht glauben, dann müssen sie es eben mal probieren und selbst feststellen. Wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat, und deswegen muss ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Wart zusammenkill haben oder irgendwie was anderes, weil die sollen nicht mal an der einen Nase fassen. Yeah! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Tonight, I call, I call in your name Tonight, I feel, I feel for you Tonight Touch in the night Tonight, I feel, I feel for you Tonight, I call, I call in your name Tonight, I feel, I feel for you Tonight, I call, I call in your name Tonight, I feel, I feel for you Tonight Also, was mich auch immer nervt, ich sitze im Kino und es geht echt so ein Handy los und dann lasse die das noch paar Mal klingeln. Hier ist ihre Tipp, stellt die Klingel auf Vibrat und dann steckt euch das Handy in die Hände in die Hände. Es ist doch eigentlich, was es egal, wie flach ein Fernseher ist. Es ist immer noch ein Fernseher. Welcher Schwachkopf zahlt 5000 Euro, um für ihre Wiederholung von einer Lindenstraße zu gucken? Ehemalige Alkoholiker und Drohrabhängige müssen aufhören zu sagen, ich wäre fast gestoppen. Wer Krebs überlebt, wäre fast gestoppen. Ihr habt euch lediglich fast ein bisschen zu sehr amüsiert. Lauterer neuen Studie ist Impotenz vererbbar. Ja, blödheit auch. Eure Frau, die den ganzen Tag schnascht, geschieht es ganz recht, einen Mann zu erwischen, der die ganze Nacht labert. Der Japaner hat eine Kopfkisse erfunden, mit ihrem Männerarm zum kuscheln. Das Kopfkisse ist wahnsinnig beliebt bei Japanerinnen. Da hätte ich auch wieder mal einen Tipp. Wer sich vorstellen will, mit ihrem Mann im Bett zu legen, braucht sich bloß ihre Taschenlamme zwischen den Arschpack zu legen. Schluss mit ihrer Rocksänger, die gleichzeitig Gitarre und Mundharmonika spielen. Ich weiß, man kann das. Aber es hört sich scheiße an. Was kann ein Mundharmonikaspieler schon kosten? Seit ich kann so Sparbrötchen. Dann hört sich die Musik besser an und es wird mir dann immer gleich üppelt, das Theater mit anzugucken. Das ist das erste Mal alles. Tschüssi. Bei dir geht's Trepperhausen immer ganz auf die Dach stoben. Und jetzt wird das zweite Mal. Tschüssi. Vielen Dank.